Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer Folge Portal 2. Die letzte Folge ist sehr kurz geworden, sehr, sehr kurz geworden. Dafür schauen wir jetzt, dass wir eine längere machen für euch. Aber ist auch mal nicht so schlecht, weil wenn man dann nur noch mal so 5 Minuten Zeit hat oder so, dann können wir mal noch die ganz kurze anschauen. So, weiter geht's würde ich sagen. Ich gebe jetzt mal in mein kleines Häuschen. Und der Johnny könnte auch mal zwischendurch was sagen, weil bei dem rauscht es nämlich ein bisschen. Hallo? Wieso rauscht es denn jetzt bei mir? Ähm, kommst du jetzt hoch? Ich bin schon im 3. Ach du, dann bist du ja auch schon. Ich bin schon in meinem Häuschen gewesen. Ach so, hast dich an mir vorbeigeschlichen. Ja, nicht. Hast du das gar nicht mitgekriegt? Nee. So. Damit es nicht rauscht, musst du einfach mehr reden. Laber einfach. Ja. Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Ach ja, das war jetzt das. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? Zu tödlich. Zu tödlich. Zu tödlich. So. Ähm, kommst du zu mir? Nein! Ich war doch schon da. Ja, deswegen sag ich ja, dass du zu mir kommen sollst. Äh. Da, oder? Nee. Nee? Doch? Doch. Wat nee. Doch, doch. War richtig. Ist da hier ein Bonus noch? Guck mal, da ist noch irgendein Raum noch. Bonus? Nee, ich glaube, das ist einfach nur ein Fenster. Okay. So. Äh. Ah, jetzt müssen wir da hoch. Ha. Hm. Okay. Äh. Gibt es da oben irgendetwas, was du drücken kannst? Ich glaube, ich glaube, ich habe nämlich schon eine Idee. Und zwar. So, spring nochmal. Spring nochmal. Ja. Ah, das ist eine gute Idee. So. So. So, und jetzt muss ich mal hier und da. Oh. Dann kommst du nämlich an den Knopf dran. Oh. Hallo? Ach, Mann. Ja, kommst du an den Knopf dran? Nee. Ach, Mann. Warum kann ich mein Portal dann nicht so setzen? Wie ich das gerne... Ah. Verdammt. Total bescheid. Weil wenn ich nämlich hier... Ich kann es nur hier setzen oder oberhalb. Dann kann ich mich ducken? Ah, okay. Ja. Sehr gut. Kannst du den Knopf drücken? Habe ich? Äh, da kommt jetzt der Ball. Die Frage ist... Der geht kaputt. Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du den Knopf nochmal gedrückt? Ja. Dann geht der Ball kaputt, aber... Das bringt nichts. Das macht nichts. So. Und jetzt müsstest du zu mir da kommen. Und dann können wir nämlich da runterhüpfen. Ähm, den Ball müssen wir noch. Ich muss dir den Ball erstmal geben. Weißt du? Das heißt... Ähm... Oder... Vielleicht kannst du... Und jetzt muss ich dir den Ball erstmal geben. Der Ball geht nämlich oben kaputt. Scheiße. Jetzt müssen wir wieder hoch. Ähm, ja. Der Ball geht kaputt da oben. Das heißt, ich müsste ich ab... Müsste im richtigen Moment... Ja, kommst du da hoch? Achso. Ne, das muss... Ach, du hast ja noch schon einen. Hm? Du hast einen Ball. Wo? Nein, ich hab den nicht mehr. Doch, doch, doch. Da unten ist einer. Gut. Wie machen wir das? Zack. Zack. Wo ist denn der Ball? Tja. Nicht wegmachen. Ähm, warte. Ich probier mal. Ich komm nicht zu dir rüber. Ich muss irgendwie zu dir rüber hoch. Ich muss irgendwie so springen, dass ich zu dir rüber komme. Ohne, dass ich oben auf das Teil der Dotze. Warte mal. Wenn ich das übernehme und das hier höher setze, vielleicht... Vielleicht reicht... Ah, ja klar. Du musst, wenn ich runterfalle... Ich weiß es. Wenn ich runterfalle, ja... Kurz bevor ich runterfalle, musst du das Portal setzen. Aber erst, wenn ich runterfalle. Verstehst du? Warte mal, wie mache ich das wieder weg? Irgendwo anders in das Portal setzen. So, jetzt auf die Plätze. Also kurz bevor ich runterfalle, musst du das Ding setzen, ne? Ja, ja, ja. Jetzt. Ui, geschafft. Genau. Eigentlich ganz einfach. Ja, aber manchmal ist man da irgendwie... Oha! Nicht runterfalle. Was machst du, Junge? Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Wir können alles. Finde ich auch. Manche braucht zwar vielleicht ein bisschen länger, aber wir können das. So. Dann schauen wir, was jetzt auf uns zukommt. Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Warte. Wo ist denn hier der Ausgang? Du kannst hier eins setzen. Wo? Da, wo mein Geld ist. Warte. Ja, genau. Und dann... Oh! Aber dann können wir nicht weiter, gell? Ähm... Doch, da hinten. Da. Äh, komm mal zurück. Komm mal zurück. Ja. Ähm... Ähm... Du musst das Portal übernehmen. Und... Nee, geh nochmal komplett zurück. Komm mal zu mir. Ich muss das ein bisschen weiter höher setzen. Nicht, dass du kaputt gehst. So. Wenn wir jetzt durchgehen, geh durch. Geh durch, geh durch, geh durch. Ja. So. Ähm... Noch weiter, weiter. Geh mal weiter, weiter, weiter. Müssen wir hier einsetzen? Ja, aber ich muss das setzen, nicht du. Ja, mach doch. Ähm... Und du musst zurückgehen. Aber das, ähm... Bitte das... Äh... Du musst... Das Dunkelblaue, gell? Hahaha. So. Du musst zurück. Äh... Warte. So. Ja, aber dann krepier ich ja. Ja? Ja, mach doch mal jetzt. Hm... Aber wenn du das übernimmst? Hm. Ja, das kann ich auch machen. So? Bist du da? So, jetzt geht er durch und setzt... Ja, ey, das ist kopfig sprungen. Hahaha. 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 Weil... Kannst du jetzt die Portale setzen? Ja, wenn ich rot setze, dann geht's da hinten weiter. Ah. Hahaha. Ganz gut. Okay. Ja, wunderbar. Gerade mal überlegen. Ja, du musst es schon... Du musst eigentlich dein Dunkelblaues dann da einsetzen. Ja, aber ich gehe dann kaputt. Ich ziehe mir ja quasi, äh... Ja, und? Den Ast unter meinem Arsch weg. Aber danach können wir dann... Ne, wenn ich tot bin, dann gehen meine Portale weg. Ah, ja, stimmt. Ähm... Aber... Da muss da noch... Ich komme da gar nicht hoch oder runter oder so. So... Lalalalalalalala... Lalalala... Züge, ich bin manchmal ein klein wenig eigenartig. Tja, kannst du denn nicht ein Portal da setzen jetzt? Wo denn? Ja, du musst es setzen. Setz mal dein linkes Portal dahin. Genau. Und jetzt gehen wir zurück. Jetzt gehen wir zurück und dann übernimmst du das... Und tust du das rote Portal dahin. Genau. Ah, Mensch. So. Ah, was machst du? Oh, Mann. Ja, aber wir wissen jetzt, wie es geht. Für eine kleine Einlage müssen wir schon mal so was... Finde ich. So. Jetzt machst du mal dein Portal dahinter. Ja, lass mich mal durch. Nicht den Kopf abreißen. So, lass mich mal durch, bitte. So. Geh. Lauf, kleiner Toni, lauf. So, und jetzt. Los. Genau. Jetzt setze ich das dahin. Und jetzt gehen wir zurück. Und übernimmst das andere Portal. So. Jetzt bist du wieder an der Reihe. Ja, da musst du mich aber durchlassen. Wieso läufst denn du vor? Ich bin auch so rank und schlank. Wie ein Pfirsich, oder was? So. Du schaust eher aus wie Pfirsich eigentlich. Was? Ähm. So. Und dann. Wo ist der Ausgangsportal? Da ist es doch. Jetzt kannst du mitkommen. Ich dachte, du bist so rank und schlank. Ja, aber ich bin zu groß für diese Welt. Genau. Ihr habt in diesem Test so oft versagt, es ist als wärt ihr Menschen. Aber wenn das wirklich der Fall wäre, würdet ihr es immer wieder und wieder versuchen. Genau. Menschen bewundern diese Eigenschaft. Man gibt nie auf. So. Oder? Der nächste Level. Peek Body. Peaches Body. Guck. Ja, Peaches Body. Pfirsich Body. Du bist auch die richtige Farbe. Und die lassen hier Pflanzen wachsen. Unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Äh. Wir haben es versucht. Sie retten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Okay. Und wissenschaftlich. Ähm, kannst du mal dein Portal hier und da drüben machen? Und dann drücke ich mich drauf. Und du holst den. Hä? Schau. Und du kannst dann vielleicht. Ja, mach. Schaffst du eine neue Kugel zu... Ja. Ach, das sagst du. So. Dann müssen wir aber jetzt da droben... Da oben irgendwie hinkriegen. Ja. Wie kriegen wir den jetzt da oben hin? Jetzt muss ich mal gucken, was da hinten so... Warte, warte. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's schon. Du musst irgendwie... Hier. Ah! Was hast du jetzt gemacht? Euer Versagen erinnert mich an wundervolle Dinge. Geh mal hoch und geh einfach durch mein Portal. Hier, nimm das Teil. Mach die Portale vorhin. Du musst erst mal die Portale machen. Bevor du das teilnimmst. Was willst du denn? Ja. Genau, jetzt kann ich das jetzt auch machen. Ich will jetzt auch einfach sagen können. Könntest du... Bitte, bitte... Könntest du... Bitte, bitte... ... in deinem Portal machen. Sehr gerne, Tügoi. Ach, so. Kommst du? Jo. Oh. Hier scheint menschliche Eigenschaften auszuprägen. Die von der schlimmsten Sorte. Hm, hm, hm. Gab es Zeiten? Ah! Das kennen wir doch auch irgendwie so ein bisschen, gell? Wie war denn das nochmal? Hm. Ich überlege auch gerade. Ach, ja, genau. Dann kannst du hier... Ja. Ja, und jetzt noch? So. Hast du es? Ja. Kommst du? Ja. Hervorragend. Hervorragend. Menschen werden jetzt eine Belohnung für den Abschluss des Tests fordern. Für einen Test. Zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung. Doch, sie wollen auch dünner. John? Ja? Soll ich wieder reden? Ja, bitte. Das ist echt... Das rauscht. Das rauscht. Ich schuf diesen Test, damit die Menschen mit sich zufrieden sind. So. Er ist extrem leicht. Folgt einfach den Pfeilen. Wir haben leider ja auch so ein kleines Problem mit unserem Mikro und mit der Stimmlage. Es gibt keine Pfeile mehr. Viel Glück. Deswegen musste er sein Mikro ein bisschen hochstellen. Weswegen er dann auch wieder rauscht und alles irgendwie so ein bisschen kompliziert. Aber ich hoffe, das stört euch jetzt nicht so allzu sehr. Okay. Weil leider ist es immer, wenn wir Portal 2 angefangen haben, für mich hört sich der Johnny immer sehr leise an. Ja. Und für ihn höre ich mich sehr leise an. Also... Aber ihr könnt es ja immer wieder wechseln. Ihr könnt ja Videos switchen dann. Wenn ihr den Johnny lauter hören wollt, geht er auf seine Seite. Und wenn ihr mich lauter hören wollt, geht er auf meine Seite. So ist das. Okay. Dann springen wir hoch. Ich muss im richtigen Moment... Naja. Ja. Wegmachen und hinmachen. Wegmachen und hinmachen. Warte, warte. Wichse Kopfweh. So. Jetzt nochmal Achtung. Äh? Ne, jetzt hast du... Du sollst dein Portal nicht setzen. So, jetzt. Jetzt bist du ganz oben, gell? Ja. So. Aber, ne, nicht ganz oben. Ja, jetzt musst du mich irgendwie nach oben holen. Im richtigen Moment musst du das Portal unter mir setzen. Jetzt. Portal unter mich setzen. Ne, ne, ich muss jetzt erstmal... Ja, ich muss doch auch hoch. Ja. Aber ich kann es nur von hier gut setzen. Ne, das war zu früh. Zu früh? Ja. Genau das Problem hatte ich vorhin auch. Was ist das Problem? Jetzt. Warte. Jetzt. Genau. 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 Das war nämlich dieser eine Level. Jetzt geh wieder durch. Ja, du auch. Ich bin auch schon da. Achso. Ich hab's doch schon gemacht, bevor du... Bevor du gekommen bist. Jo, der nächste Level. Das war jetzt dieser... coole Level. coole Level? Ja. Oder? Ich weiß nicht genau, was du meintest. Du meinst das, wo wir tausendmal gestorben sind? Ja. Coole Level. Ähm... Ich bin jetzt einfach mal runtergehört. Warte. Das ist das coole Sterbe Level. So. Hier drauf. Und dann... Oh ja. Hier drauf. Was denn? Warum bist du jetzt krepiert? Euer Versagen generiert keine neuen Daten. Es verzögert nur das Unvermeidliche. Shit. So, zum zum zum. Ja, du... Ähm... Ja? Was hast du jetzt gemacht? Ja, ich nicht. Du hast mir wieder den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, du musst doch einfach zu mir kommen. Schätzelein, ich brauch ein bisschen. So. Und zwar... Äh... Warte mal. Du musst... Unten und oben und irgendwo sowas... Nein. Geh mal in die Mitte. In die Mitte. Geh mal auf Zeiten. Geh mal in die Mitte. Und dann... Während ich nämlich unten ein Portal... Ja. Und wenn ich dir... Du musst es machen, gell? Oder? Ne, ich kann es auch machen. Du musst es nur wegmachen, das andere dann. Genau. Ich weiß jetzt... Ich stehe jetzt direkt rüber. Ready? Ich hab keine Ahnung. Bist du ready? Ja. Ja, ja. Ich hab Angst. Wau. Hä? Geht selbst was oder nicht? Es geht was. Was geht? Und los. Wuuu. Yes. So, und jetzt musst du das gleiche für mich machen. Alright. Aber wie krieg ich jetzt... Du musst... Ja, wie krieg ich... Du musst deine aber wegmachen. Ja, aber wohin? Wuuu. Geschafft. Okay. Ja, war doch viel einfacher als beim ersten Versuch. Ja, so wie es ungefähr wusste ich nicht. Juhu. Juhu. Pee-Buddy. Rätsel. Rätselnachmittag mit Johnny und Pee-Test. Die menschlichen Testsubjekte forderten für den nächsten Test Helme, um Herrenverletzungen vorzubeugen. So, 5 von 8, das ist doch eine wunderbare, ähm, Pausenzahl, oder? Break. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Jo, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.